Mein Name ist Valérie Pieren, erschaffen als Neurologer zu Haspa. Das ist eine Massage, das für euch zu sehen, dass alle Leute mit psychischen Betrieben noch einmal weiterleben. Das gilt für die Generalisten und auch für die Spezialisten, siehe wie in ihren privaten Kabinen oder an der Polyklinik und an der Spädiele und auch Zahndokterin. Während der Covid-Pandemie gab es eine Telekonsultation angefordert. Diese Mauer sollte auch weiterhin auch helle bleiben, für die Patienten zu ermöglichen, für einen Vierhaus ihren Doktor zu kontaktieren und sich so vielleicht nicht zu deplacieren. Meistens werden die Praxis nicht umgänglich, aber auch dann werden heute die neue Sicherheitsmaßnahmen getroffen gehen, um die Infektion mit dem Coronavirus zu minimieren. Das bedeutet auch ganz konkret, dass Patienten mit einer Maske kommen müssen, sie müssen ihre Hand desinfizieren, sie sind durch ein Trennwand für das Sekretariat getrennt, geschützt. Im Wartesaal gilt natürlich weiterhin eine 2-Meter-Aufstand-Regel. Weiterhin sollten Patienten versuchen, pünktlich auf ihre Rendezvous zu kommen. Auch wir Doktorinnen versuchen, pünktlich zu schaffen, so dass sie nicht ohnehin lang im Wartesaal warten müssen. Manchmal soll ihnen allein bei den Doktoren gehen. Leute, die durch gesundheitliche Probleme und wenn Begleiter angewiesen sind, sollten sie versuchen, mit maximal einer Person zu kommen. Zum Schluss muss ich einfach darauf hinweisen, dass sie bei akuten gesundheitlichen Problemen an den Spiegel gehen sollen. Auch dort ist direkt die Sanitämmasuren angehört, so dass nicht Covid-Patienten in ihrem Covid-Bereich getrennt sind und ihnen keine Ansprache zu haben zwischen 10 bis 10 Jahren. Amkano fitz, wie sie mit Begl sellen auf der Allgemeine interessante im Besuch für heute in Deutschland ist. Bis zum Schluss.